Im zweiten Tag der Tools for Agile Teams. Willkommen im Scaling Agile Track. Hoffentlich mit etwas technisch runderem Beginn heute Morgen als gestern, wer dabei war. Aber ganz bestimmt, wir haben jemanden hier vor Ort und vor allen Dingen haben wir heute den Felix hier vor Ort, der gestern leider krankheitsbedingt ausgefallen ist, aber natürlich grandios vertreten wurde von Yvonne. Ja, Yvonne kann alles, aber ich bin froh, dass ich meine Stimme zurück habe. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Genau, der erste Vortrag, der dreht sich um Unfix und Scrum at Scale. Wir haben ja vom Jürgen Appelow eine Einführung ins Unfix bekommen. Jürgen Dittmar wird uns jetzt mit den Details vertraut machen und nimmt eine ganz spannende Perspektive ein. Also, dass wir Organisationsentwicklung ähnlich betrachten wie Produktentwicklung. Ist auch so ein Thema, was ich auch sehr mag. Heute Nachmittag. Und ich schätze den Jürgen sehr, weil er ein wirklich hervorragendes Management 3.0 Training damals vor 150 Jahren gehalten hat und ich konnte es als Teilnehmer genießen. So, Jürgen, Stage is yours. So, herzlichen Dank. Ja, passt ja gerade. Wir haben gerade die Einführung von Jürgen gehört in Unfix. Vielleicht ganz kurz noch zu mir, was ich mit Unfix zu tun habe, auch mit Scrum at Scale. Ich habe gerade jetzt Anfang der Woche mein erstes eigenes Unfix-Training, ein Unfix-Foundation-Training in München gehalten. Ich habe mit Jürgen im Mitte September das erste in München veranstaltet. Also, ich arbeite mit Jürgen schon länger zusammen. Management 3.0 mache ich seit knapp zehn Jahren. Das ist jetzt im Hintergrund, warum die beiden Modelle, an denen ich ein bisschen mitgedoktert habe, zumindest mal an dem Rechten, gut zusammenpassen für mich, was das auch mit Organisationsentwicklung. Heute Nachmittag habe ich ja nochmal einen Talk dazu zu tun hat. Das würde ich euch gerne erzählen. Zu mir, ich bin eigentlich Diplom-Geograf, habe geografische Informationssysteme damit den Eingang in die IT gefunden, habe irgendwann Software entwickelt. Und war zehn Jahre Führungspast bei Telefonica, hat dort eigentlich so eigenes erfahren, was man mit Agilität machen kann oder vielleicht nicht sollte in dem Kontext. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, vor knapp zwölf Jahren, habe ich die beiden Herren hier kennengelernt. Den Rechten kennt ihr vielleicht, Jeff Sutherland in der Mitte, Jean-Pierre Berger, der veranstaltet den Scrum Day. Und den habe ich da vor zehn Jahren kennengelernt. Und plötzlich war ich in München mit Jeff Sutherland und der fragt mich, welchen Teil des Trainings ich übernehme. Da habe ich acht Jahre mit den beiden Herren zusammengearbeitet, mit Jean-Pierre immer noch. Habe da auch an Scrum & Scale mitgedoktert. Da werde ich euch gleich erzählen, warum, wieso, weshalb. Und mein Hauptthema war aber immer Management 3.0, weil für mich immer noch die Erkenntnis ist, wenn ich das Thema Führung nicht kläre in Organisationen, dann brauche ich mit Agilität gar nicht groß anfangen oder ich komme nicht besonders weit. Also ich muss da etwas tun. Und deswegen Management 3.0 und Unfix passt jetzt für mich auch passend noch dazu zu beiden Sachen, Management 3.0 und zu Scrum & Scale. So, das sind so vier, mit denen ich in den letzten Jahren unterwegs war. So eine kleine Angeberfolie. Aber ihr merkt, das sind verschiedene Kontexte. Alle wollen agil werden. Das ist ein prinzipiertes Thema. Ich habe euch eine gute Nachricht mitgebracht. Scrum wird immer einfacher. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. 2011 steht im Scrum Guide drin, Scrum ist extremely difficult to master. 2013 wird es schon einfacher. Da steht nur difficult to master drin. Und ich weiß nicht, ob ihr beim letzten Scrum Guide mal reingeguckt habt, da steht jetzt Folgendes drin. Scrum ist simple. Also von daher kein Problem. Es müsste jetzt ja immer einfacher werden. Also die Welt müsste auch immer besser werden. Wir müssten Agilität immer besser einführen können. Aber leider sieht die Welt nicht so aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht so in agilen Transformationen. Es geht doch weit hinter den aktuellen Versprechungen zurück. Vieles passiert nicht so. Manchmal höre ich in Organisationen, wir spielen agil, aber so richtig tun wir es nicht. Unsere Führungskräfte unterstützen uns nicht richtig. Es gibt es noch so, wir müssen es on top liefern zu normalen Verpflichtungen. Also irgendwie obendrauf so nebenbei machen wir Agilität. Dann gibt es Wasserfall-Agil-Transformationsprojekte und so weiter und so fort. Also sieht nicht so richtig, muss ich sagen, perfekt aus. So ganz simpel scheint es wohl nicht zu sein. Woran liegt es? Aus meiner Sicht gibt es da einen Grund. Es gibt verschiedene Gründe, aber unter anderem eins. Der Scrum Guide ist einfach zu klein. Da steckt viel zu wenig drin. Da wird ein ideales Team beschrieben, aber was nicht beschrieben wird, beispielsweise, was machen wir mit Management? Da steht nichts über Management drin. Da steht auch nichts drin, über wie man es einführt. Es ist einfach das ideale Team. Das entsteht irgendwie. Es ist da. Keiner sagt, wo kommen die her? Ja, wo schwitzt man sich die raus? Und ansonsten Skalierung steht ja auch nicht drin. So, und da gibt es verschiedene Ideen. Aus meiner Sicht Management 3.0 sagt zumindest mal über das Thema Management einiges und das Thema, wie führt man es ein? Aus dem Thema Change, Organisationsveränderung. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Framing-Skalierungsmodellen, die versuchen zu erklären, was Skalierung betrifft. Mehr oder weniger erfolgreich, aus meiner Sicht. Und ich glaube, letzten Endes mit Unfix und Scrum at Scale kann man da ein bisschen helfen, in beiderlei Hinsicht. Und warum, werde ich euch gleich erzählen. Typische Fehler bei der Verankerung agiler Methoden, aus meiner Sicht, ist sowas wie Mangel des Verständnis agiler Prinzipien. Ich weiß gar nicht, wie ich es kaputt machen kann, gerade in der obersten Management-Ebene. Deswegen wird da viel kaputt gemacht, ohne dass man es möchte vielleicht. Aber es gibt eine fehlende Strategie bezüglich Management, Organisationsentwicklung, Kulturwandel wird unterschätzt. Man weiß auch gar nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Der Fokus ist meistens auf schnelle Umsetzung in Projekten, als auf Nachhaltigkeit. Und es gibt ein Mangel des Verständnisses, komplexe Systeme zu verstehen und zu verändern. Und deswegen klammern wir uns nicht meistens an die Dinge, die man aus der Vergangenheit kennt, nämlich an Frameworks, Neugly Change-Projekte und irgendwelche Best Practices. Das Bordi-Farm-Modell zum Beispiel. So, das ist halt ein zu folgendes Beispiel. Das Bild, habt ihr vorhin schon mal gesehen, beschreibt halt viel. Und man muss sich da keine großen Gedanken machen. Man kann es einfach nehmen und muss es nur noch implementieren. Und das ist leider die große Verlockung, der viele Führungskräfte erliegen, anstatt dass sie sich selber Gedanken machen. Und im Prinzip, wenn man sich anschaut, Kineven kennt ihr wahrscheinlich alle, was passiert in komplexen oder was man auch für komplexe Probleme braucht. Das ist eine emergente Praxis. Das muss irgendwie im Verlauf entstehen. Ich kann nicht eine Architektur festnageln und dann agile Teams drüber schicken. Also insofern, ich muss mir gucken, wo ist eigentlich mein Ziel. Ich muss mir überlegen, in den Zielen, die ich habe, was Leistungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit betrifft und Humanität betrifft, Gesundheit einer Organisation. Was ist meine Organisationsvision? Und wenn ich eine agile Organisation haben möchte, jetzt kann ich mir überlegen, mache ich den perfekten Sprung dahin und bin dann dort, wie klassische Wasserfall-Vorgehensweisen simulieren, oder mache ich halt meine schönen kleinen Schritte und komme dahin. Das ist ein Bild, was wir nachher nochmal sehen werden. So, ich glaube letzten Endes, wir brauchen so etwas wie eine agile Organisationsentwicklung, wo wir sukzessive uns überlegen, wo wir stehen, Informationen einzigen gewinnen müssen, Hypothesen bilden, dann Interventionen planen, um diese Hypothesen zu prüfen und auszuprobieren, diese Experimente erproben und bewerten und am Ende dann diese belastbaren Strukturen und Prozesse etablieren. Das ist nicht von mir, das habe ich mir geklaut von Bernd Österreich und der Claudia Schröder. Hier unten ist es entsprechend zitiert. Das ist eine der Darstellungen von klassischen systemischen Schleifen in der Organisationsentwicklung. Und ich glaube halt letztens, so etwas müssen wir kontinuierlich immer machen, um dann am Ende, ich denke da dieses Bild von gerade eben, irgendwann dahin zu kommen, wo die agile Organisation sein soll. Vielleicht hat es sich bis dahin auch wieder weiter verändert und so weiter. Und aber ich glaube, wir haben Probleme dabei, die richtigen Informationen und Einsichten zu finden. Also wenn wir mal Zeit haben, uns zu überlegen, wo ist unser Problem, dann fällt es schon schwer, eine gemeinsame Sicht darauf zu kriegen. Uns fällt es schwer, die richtigen Hypothesen daraus zu bilden. Was ist denn die eigentliche Ursache? Was ist ein Problem? Welches Problem ist eigentlich die Lösung eines anderen Problems? Und so weiter. Da muss man sich viel Gedanken machen. Und die richtigen Interventionen zu planen, um Menschen zu motivieren, sie Verhalten zu verändern und so weiter und so fort, die Experimente zu erproben und zu bewerten, da bräuchten wir Hilfe. Und ich glaube, und das ist meine Hauptthese, da können Unfix und Scrum at Scale helfen. Weil wir haben unter anderem auch so ein Modellierungsproblem. Also nicht nur, dass Modelle generell falsch sind. Ich hoffe, ihr wisst das. Modelle sind falsch per se, weil die sind ja eine Abstraktion der Realität, also per Definition falsch. Aber wir haben auch ein Problem, wenn wir gemeinsam über Wahrnehmungen sprechen. Wir haben nämlich unterschiedliche mentale Modelle im Kopf. Und vielleicht ist es euch auch schon mal aufgefallen, ihr redet mit Leuten über Selbstverständlichkeiten, die euch klar sind. Und plötzlich stellt ihr fest, die meinen ganz was anderes. Begriffe werden unterschiedlich bezeichnet und so weiter und so fort. Und das ist das, der wichtigste Grund für mich. Wir müssen in der Lage sein, in der Organisation mal endlich über das Gleiche zu reden, damit man auch gemeinsam Entscheidungen treffen kann. Beispiel hier, ich weiß nicht, wer das kennt, die Geschichte von dem blinden Elefanten. Wenn ihr drei Blinde fragt, die einen Elefanten treffen hier, was ist das, was hast du da gefunden? Dann gibt es unterschiedliche Aussagen. Es kann ein Baumstamm sein, ich bin hier am Bein oder am Ohr, das ist ein Fächer, ich bin an der Mauer, da bin ich am Bauch irgendwie dran oder ein Seil oder ein Speer vorne am Stoßzahn. Jetzt, wenn ihr eine Organisation fragt, beispielsweise in dem Fall natürlich, wer hat recht, wenn ihr bei euch in der Organisation fragt, was ist denn Agilität? Und ihr fragt die Leute, ihr fragt Geschäftsführer, ihr fragt einen Elefentwickler, kriegt ihr wahrscheinlich ganz unterschiedliche Antworten. Für den einen ist es irgendwie totale Effizienz, für den anderen ist es Humanisierung, für den nächsten ist es bessere Kontrolle und so weiter und so fort. Also ganz unterschiedliche Dinge. Und wenn ihr gemeinsam in der Organisation was machen wollt, was Sinn macht, dann müssen wir doch irgendwie mal auch Konsens finden. Und deswegen glaube ich, dass wir gemeinsame Modelle kreieren müssen und deswegen helfen solche Tools, solche haptischen Tools, das ist ein Foto aus dem Unfix-Workshop, den wir in München gemacht haben, Diskussionen zu unterstützen und zu verbessern, wie man gemeinsam Verständnis entwickeln kann. Und deswegen, aus meiner Sicht, helfen beide dieser Tools, in der Richtung voranzukommen. Es gibt gewichtige Gemeinsamkeiten zwischen den Tools, es sind einfache Tools, es geht immer um das Thema empirische Innovationen zu machen, schrittweisen Wandel. Beide Tools bieten keine Prozesse und keine Practices an, da ist ein kleiner Disclaimer, da gehe ich nachher noch darauf ein, was Scrum & Scale betrifft. Das heißt, die schreiben nicht vor, wie ich es mache. Die geben dir Möglichkeiten und dann kannst du dir überlegen, was du daraus machst und tust. Eine Bottom-up-Vorgehensweise ist eher sinnvoll in einem Kontext. Es ist kein Ersatz für andere Modelle, also es konkurriert eigentlich nicht mit einem anderen Skalierungsmodell. Das wird immer so, also Scrum & Scale ist kein Skalierungsmodell, wie Nexus oder wie Safe oder sonst was, aus meiner Sicht. Aber vielleicht der Disclaimer nachher noch. Modulare Ansatz, das heißt, du kannst es auf einem Team sehen, du kannst es aber auch irgendwie in der ganzen Organisation machen. Es ist für Kontext total unabhängig, das heißt, es laubt vielfältige Wahrheiten und man kann sofort loslegen. Ich muss nichts implementieren. Ich kann sofort mit diesen Dingen an meiner Organisation umarbeiten. Unterschiede gibt es auch. Das eine ist halt eine Musterbibliothek, das andere ist eher eine systemische Sichtweise. Hier gucke ich auf Designs und Muster, was ihr gerade gesehen habt. Hier drüben gucke ich auf Funktionskomponenten. Auf der Seite bei, ups, das ist jetzt falsch rum, sorry, das muss ich noch konjugieren. Also Scrum & Scale hier oben, das Logo muss da rüber. Da geht es um Bewertung von Komponenten. Hier kann man ja auch wirklich bewerten, was ich bei Unfix nicht kann. Da tue ich einfach nur verschiedene Wahrheiten entsprechend machen. Also die Stärke hier drüben ist Szenarienplanung und von verschiedenen Mustern, Diskussionen von Mustern. Hier drüben geht es darum, Schwachstellen und Impediments herauszufinden und entsprechend zu bewerten. Das heißt, ich habe zwei Dinge, die die gleichen Grundlagen haben, die gleiche Sprache sprechen, aber unterschiedliche Dinge vermitteln. Eine Organisationsmuster, das andere Funktionsstrukturen. Das eine geht in Szenarienplanung, das andere in die Bewertung von der Funktionsweise von Mustern. Und die können sich deswegen ergänzen aus meiner Sicht. So, ich gehe hier relativ kurz durch, welche Struktur Muster hat. Er hat Unfix, die habt ihr gerade selber gesehen. Die Base, das quasi so eine Größenordnung ist, von wenigen 10 bis wenigen 100 Größenordnung. Dann gibt es die Basic Crew Types. Crew als Unterschied zum Team, aus meiner Sicht auch sehr wichtig. Jede Crew hat auch einen Captain. Durchaus wichtig als Ansprechpartner, aber durchaus gleicher und dergleichend ansprechend zu gelten. Aber Crews haben unterschiedliche Sachen. Hier gibt es diese vier grundlegenden Teams sozusagen, Teamstrukturen aus Team Topologies, wo sich Jürgen die Sachen ausgeliehen hat. Das Value Stream Crew, das quasi die End-to-End-Verantwortung für einen Value Stream hat. Dann haben wir Facilitation Crew, das quer darüber Dienstleistungen für die aktuelle Arbeit bringt, also in Form von Product Ownern, Scrum Mastern und so weiter und so fort, damit die ihre Arbeit machen können. Ich habe die Capability Crew, die entsprechend spezielles Wissen beinhaltet, um den anderen hilft, ihren Job zu machen, aber nicht ständig bei denen ist, sondern nur für spezielle Dinge. Ich habe die Plattform Crew die Dienstleistungen an die ganze Base liefert, vielfältige Art, technologische HR, was weiß ich, was wir gerade auch gehört haben. Ja, und weil es die Gefahr gibt, dass man, wenn man sozusagen aus vertikalen Silos horizontale Produkte macht, das ist die Geschichten, die Jürgen gerade erzählt hat. Es kann sein, dass dann man horizontale Silos draus macht, die halt nicht miteinander reden und dann halt unterschiedliche Produkte liefern und deswegen die Idee von so einer Experience Crew. Und auf der anderen Seite die Partnership Crew, die entsprechende Lieferanten andockt. Das ist so das, was ihr gerade unten gesehen habt. Und wichtig noch für mich, wer ist Manager, wer managt das ganze Thema, managt das System, not the people, das ist das Management 3.0. Blau hier oben die Governance Crew, die im Ende dafür sorgt, dass wir einen Rahmen haben und den Rahmen entsprechend weiterentwickeln. So, das soweit zu Unfix. Das sind diese sieben Crew-Types. Dann gibt es noch entsprechende Foren, die drunter liegen, die verschiedene Dinge machen können. Die liegen halt entsprechend unten drunter. Das sind hier neun Stück, die Jürgen bisher formuliert hat, aber da kann man relativ flexibel sein, was da drunter liegt. Das sind für mich Communities of Practice, die quasi leichte Bindungen haben gegenüber den strengen Bindungen, die entsprechenden Crews drin sind. So, und daraus kann ich mir mal meine Organisation bauen. Also ich kann mir den Status Quo mal formulieren und kann mir dann überlegen, was fehlt mir vielleicht hier an Mustern? Vielleicht habe ich Inspiration, die ich daraus erlange, um zu sagen, na, Experience Crew habe ich nicht. Aber wäre das nicht eine gute Idee? Können wir uns mal überlegen. Vielleicht machen wir mal ein Experiment, probieren das mal aus, ob das entsprechend hilft. Also das ist so die Idee, über den Status Quo Ideen zu bekommen für irgendwelche Zukünfte, die mir vielleicht das ganze Thema entsprechend besser helfen. Und einfach rein das Modellieren und Anschauen hilft schon, gemeinsam das Verständnis dafür zu bekommen, wo stehen wir. Auf dieser Webseite seht ihr ganz viele Modelle, Patterns, da könnt ihr ganz viel lesen. Da hat Jürgen sehr viel hingestellt, was man sich wirklich runterladen kann. Auch die ganzen Karten und Dinge gibt es da so zum runterladen. Könnt ihr euch mal entsprechend anschauen. Also das war der Workshop, den wir in München hatten im September. Genau. Scrum and Scale. Wie gesagt, ähnliche Idee, nur anderes Thema. Da gehe ich relativ kurz drüber. 2014 ist erst mal vorgestellt. Ende 2014 habe ich dann auch den ersten Workshop in München organisiert. Da war Chef damals krank und musste im Krankenhaus, eigentlich im Krankenhaus, im Hotelzimmer liegen, aber hier Alex Brown war der, der das geistige Hirn eigentlich hinter dem Ganzen, der hat das mitgemacht. Ich habe mich danach mit Alex dann noch in meinem Büro getroffen. Wir haben noch mal den ganzen Tag rüber gehirnt, wie man es noch entsprechend verbessern kann. Von daher ganz hilfreich. Das Ganze hat sich weiterentwickelt. Es wurden irgendwann Zertifikate gemacht. Dann hat sich die Scrum Alliance dem Thema angenommen, hat gemeinsam mit Scrum Inc., der Firma von Chef, eine Firma gegründet, Scrum at Scale LLC. Der Scrum at Scale Guide wurde veröffentlicht. Es wurden über 100 Scrum at Scale Trainer entsprechend aktiv mit Trainer angeworben oder entsprechend etabliert. Aber irgendwann gab es dann Stress zwischen Chef und der Scrum Alliance. Wie ihr davon gehört habt, die haben sich getrennt. Scrum at Scale LLC wurde aufgelöst. Und insofern ist das ganze Thema jetzt bei der Scrum Inc. Ich war offizieller Scrum at Scale Trainer, habe mich da aber zurückgezogen, weil mir das Ganze A zu politisch und B zu teuer wurde und die ganzen Modelle. Aber ich mache weiter. Scrum at Scale Trainings ist ein offenes Modell. Man kann sich das entsprechend anschauen und nutzen. Man muss ja kein zertifizierter Scrum at Scale Trainer sein, 5.000 Dollar im Jahr dafür bezahlen, nur damit man diese Trainings macht. Das Framework, wie sieht es aus? Die Idee dahinter ist, wenn ihr eine Organisation anschaut, dann besteht ihr aus verschiedenen Modulen. Das Kernmodul kennen wir alle, den Team Level Prozess. Und wie oft habt ihr eure Team Level Prozesse angeschaut und geguckt, ja, wir haben ein ganz tolles Scrum Master, unser Team funktioniert super. Wenn das mal passiert, dann ist damit noch nichts gesagt, ob ihr eure Kunden damit glücklich macht. Weil es gibt bestimmte Dinge, die da sein müssen, damit so ein Team, auch wenn es entsprechend liefert, dass du mit etwas rauskommst. Und die schauen wir uns mal an. Da geht es um den Scrum Master Zyklus. Da gibt es in der Mitte das Executive Action Team. Oh, ich sehe gerade. Gut. Da muss ich auch etwas ändern, dass beim Übersetzen was passiert. Executive Action Team, das im Endeffekt sich um den ganzen Scrum Master Zyklus kümmert. Das kann in einem einzelnen Team ein Scrum Master sein. In der Organisation ist es ein Management Team mit anderen Leuten, die mit formaler Macht was entscheiden können. Also insofern skalenfrei und kann auf verschiedenen Ebenen eingeführt werden. In der Abteilung ist es halt dann Abteilungsleiter, Team und so weiter und so fort. Dann bin ich auf der anderen Seite die kontinuierliche Verbesserung. Oh Gott. Da habe ich irgendwie einen automatischen Übersetzer drüber gelaufen. Also diese Begriffe vergessen wir die mal schnell. Kommen gleich nochmal neu. Also kontinuierliche Verbesserung, Impendiment, Beseitigung. Das ist die Komponente, die auch da sein muss. Also ihr müsst eure Impendiments beseitigen, sonst wird es ziemlich besser. Und ihr habt irgendwann frustrierte Leute und dann geht die Performance runter. Auch eine Funktionskomponent. Ihr müsst irgendwann Cross-Team-Coordination machen. Also die müssen wir alle in Teams zusammenarbeiten. Wenn das nicht funktioniert, auch schwierig. Ihr müsst irgendwann, das sollte Deployment sein, das Thema auch irgendwie raus zum Kunden bringen. Weil ihr könnt die beste Software machen und die kommt nicht raus. Pech gehabt. Dann der Product Owner Cycle. Jetzt bin ich gespannt, was da für Übersetzungen rauskommen. Also Executive Meta Scrum heißt es hier. Das ist fast so richtig geschrieben. Das ist ein anderes Format, was sich darum kümmert, die Produkte auf die Straße zu bekommen. Während die sich, oder dieser Bereich sich hier um die Verbesserung des Systems kümmert, kümmern die sich um die Lieferfähigkeit. Das heißt, da ist ein Team, was sich kontinuierlich darum kümmert, schnell gemeinsam zu liefern. Auch mit Menschen mit formaler Macht ausgestattet, damit es entsprechend schnell passiert. Da gibt es die strategische Vision. Und ihr wisst natürlich, wenn die strategische Vision in Grütze ist, dann können solche Teams auch nicht unbedingt was Gescheites liefern. Also Shit-In, Shit-Out. Das Thema Backlog-Priorisierung ist das nächste Thema. Das heißt, aus der strategischen Vision werden Backlogs gebaut. Die müssen entsprechend priorisiert werden. Wenn das nicht richtig funktioniert, habt ihr auch Probleme. Ihr kennt dieses Hin- und Herspiel. Ja, wir wissen nicht, was wir tun wollen und so weiter und so fort. Und das hat Auswirkungen auf das ganze System. Übrigens, das Executive Meta Scrum ist auch verantwortlich, dass es eine strategische Vision gibt und dass die entsprechend verbessert wird. Dann Backlog, Decomposition und Verfeinerung. Okay. Die Refinement, Verfinderung, sehr schön. Also ihr müsst aus dem Backlog kleine Dinge bauen, damit Teams damit arbeiten können. Und im Endeffekt dann noch die Freigabeplanung, die Releaseplanung, soll das sein, die dann entsprechend klärt, ob das mit der Backlog-Priorisierung auch entsprechend funktioniert hat und entsprechend Feedback generiert. So. Dann gibt es noch so etwas wie Produktfreigabe und Feedback. Also ich muss mit dem Kunden reden, was ich für ein Feedback bekomme und ich muss irgendwann das Ganze auch messen. Metriken heißt es. Spannend. Also, diese ganzen Module müssen irgendwie einigermaßen funktionieren, damit das ganze System funktioniert. Das ist die dahinter. Und ihr könnt quasi dann entsprechend beschreiben, das ist der Scrum Master Zyklus und der Product Owner Zyklus. Hier drüben das Wie, hier drüben das Was und das Produkt. Ähnlich wie in einem Scrum Team. Und hier gibt es so etwas wie das zentrale Herzstück. Im Prinzip ist das auch im Scrum Team der Scrum Master, Product Owner und das Development Team. So. Ich gehe da mal ganz kurz drüber, weil ich merke, durch diese Störung im Prinzip ist das, was wir auch schon mal besprochen haben. Also ich betrachte die ganze Organisation als System, um das Optimum des Gesamtsystems zu erreichen. Das ist die Idee. Ich habe einen modularen Ansatz mit diesen verschiedenen Komponenten. Ich berücksichtige entweder die Bedürfnisse und den Kontext. Ich verwende keine Best Practices und ich habe viele Wahrheiten oder viele Ausdrücke, die ich machen kann. Emergent, das heißt, ich versuche immer entsprechend auf Grundlage erfolgreicher Muster, die ich mir woanders hole, beispielsweise bei Anfix, Sachen zu verändern. Und es dient, das ist für mich das Wichtigste als Analyse- und Entwicklungsmodell für eine nachhaltige Organisationsgestaltung. Wie wir das machen, in sehr einfacher Weise, können wir gleich sehen. Und auch da, man kann sofort loslegen. Kleiner Disclaimer, Jeff hat da ein paar Dinge hinzugefügt, die eigentlich ursprünglich nicht dabei waren oder wo die ursprüngliche Initiation war. Er hat dann angefangen, sowas zu machen, wie Scrum of Scrums als Team festgelegt, nicht als Event. Es gibt ein skaliertes Daily Scrum als Event, Scrum of Scrums Master als Rolle, dann das Executive Action Team scale Daily Scrum als Event und so weiter. Also er hat ein paar Sachen dazugefügt, die aus seiner Sicht entsprechend gepasst haben und richtig waren. Aber im Endeffekt die eigentliche Ansage, wir machen keine Vorschriften, entsprechend widersprochen haben. Das ist ein Beispiel, wie so eine Beschreibung ausschaut, Team Level Prozess, das ist die Funktion des Team Level Prozesses. Das wird relativ einfach formuliert. Was muss so ein Team Level Prozess können? Dann wird formuliert, was sind die Inputs, was sind die Outputs? Also was kommt rein, was kommt raus? Und so werden diese ganzen zwölf Module entsprechend beschrieben und man kriegt dann gemeinsam ein Verständnis dafür, wann ist so ein Modul funktionsfähig und wann nicht. Wann erfüllt es seinen Zweck und wann nicht und kann es entsprechend gemeinsam bewerten. Executive Action Team ist dann, glaube ich, hier noch, genau. Da wird es auch beschrieben, dass es halt die ganze Transformationsstrategie Owned entsprechend macht, das entsprechend versucht, Impediments zu beseitigen, Product Owner, Scrum Master Zyklus entsprechend zu unterstützen und das System zu verbessern, Inputs und Outputs entsprechend auch. So, jetzt zum Thema Bewertung. Wenn ich mir jetzt die ganzen zwölf Dinge anschaue und das kann relativ schnell passieren, ich habe das jetzt in den letzten Jahren häufiger auch gemacht, ich habe Kunden gehabt, die Safe eingeführt haben und ich habe dann mit den Release Train Engineers und Scrum Mastern gemeinsam mal sind diese ganzen zwölf Dinge durchgegangen und wir haben gesagt, jetzt macht mir hier so Daumen hoch, Daumen runter, wie schätzt ihr das ein, wie würdet ihr eure Situation entsprechend bewerten in eurem Release Train oder in eurer Abteilung oder sonst wie mit so relativ einfachen Symbolen, die ihr unten auch entsprechend seht und lasst es mal entsprechend einsortieren, auch bezüglich der strategischen Bedeutung. Manchmal sind bestimmte Komponenten weniger oder mehr wichtig bei euch in der Organisation. Also das ist die Y-Axie. Und dann kann man relativ einfach einsortieren, wie das dann ausschaut. Das könnte beispielsweise dann so ausschauen und dann weiß ich halt, es gibt Komponenten, die haben eine hohe Bedeutung, aber eine sehr schlechte Ausprägung und das ist dann die relativ einfache Sache. Ich konzentriere mich jetzt doch auf die hier. Also ich kümmere dich erstens um die. Die anderen kann ich erst mal lassen. Ich möchte nicht überall meine Energie verbraten und wenn es dann verbessert wird, kann ich mich verändern. In Training sieht das dann so aus. Das war jetzt ein Training Berlin, wo ich mit Chef dabei war und dann sind die Leute halt immer hingegangen, haben ihre Dinge bewertet und sind dann hingesprungen und es geht überall unflüssig hier. Haben wir quasi dann immer entsprechend bewertet. Und ihr seht hier, es gibt sehr unterschiedliche Zustände, es gibt bestimmte Komponenten, wo jeder irgendwie so Probleme hat. Das sind meistens diese Executive Action Team, Executive Meta Scrum, weil es sie meistens nicht gibt und so weiter. Und so kann man sein eigenes Bild von seiner Organisation entsprechend machen, kann sich überlegen, worauf konzentriert ich das. Ein Beispiel, wie ich das jetzt kürzlich bei einer Versicherung gemacht habe, die mit 13 Release Trainings da unterwegs sind, die im Prinzip jeder so seine Release Train entsprechend bewertet hat. Also da hat jeder quasi, jeder Scrum Master und der Release Train Engineer haben quasi diese ganze Bewertung gemacht. Ich habe eine gemeinsame Sicht auf den Release Train gehabt. Ich habe den gemeinsam bewertet, ich habe dieses Assessment gemacht und aus den Assessments habe ich schon entsprechende Maßnahmen abgeleitet. Das kann man in einem Tages Workshop entsprechend machen. Und das Feedback, was ich bekommen habe, seht ihr oben? Also die fanden das alle unheimlich wichtig, weil sie das erste Mal eine Gelegenheit hatten, über ihre Situation zu sprechen. Und über dieses Modell, über diese Perspektive war das entsprechend hilfreich. So sieht es mal etwas näher aus, wenn man sich das entsprechend anguckt. Da hat man gleich schon bei der Diskussion entsprechende Problemgreiche festhalten können, die hat man dann danach entsprechend nachhalten können. Und ein Assessment kann man dann auch mal so machen, dass man, das habe ich hier bei einer Firma in München gemacht, als wir eingestiegen sind als Team, haben wir die Bewertung so gemacht, das war 2016, da war das noch nicht so ganz reif gewesen, aber wir haben das trotzdem mal gemacht. Und zwei Jahre später nochmal bewertet, nachdem wir da zwei Jahre drin waren und haben festgestellt, okay, sieht irgendwie besser aus. Aber es gibt immer noch, irgendwie hakt da was, es gibt immer noch etwas Verbesserungsbedarf. So, jetzt eins der letzten Slides, um einfach mal zu zeigen, wie ich mir aus meiner Sicht vorstellen kann, wie man mit den beiden arbeiten kann. Und wie gesagt, Unfix ist relativ neu, von daher bin ich mal gespannt, wie sich das System entwickelt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man mit beiden Tools erstmal eine Status-Quo-Analyse macht. Also, welche Organisation habe ich eigentlich? Welche Struktur? Wie sieht es so aus? Da werde ich wahrscheinlich schon entdecken, dass da sehr viel Klärungsbedarf oder Klärungserkenntnis passiert. Dann analysiere ich den Status-Quo und dann überlege ich mir, okay, ich habe anscheinend hier drüben Probleme. Wie könnte ich jetzt was machen, was das hier oben verbessert, wo ich das mit entsprechend adressieren kann? Ich mache verschiedene Szenarien, den entwickle ich dann und können mir überlegen, okay, wenn ich hier der Connecting Experience Team vielleicht mal ranbauen, vielleicht hilft das hier, vielleicht müsste ich diese Governance Crew vielleicht auch mal hinbauen, damit ich Führungskräfte habe, die Zeit haben, sich darum zu kümmern und so weiter. Dann wähle ich eins aus und dann gehe ich weiter und wenn ich das dann implementiert habe, umgesetzt habe, dann bewerte ich halt das wieder mit Scrum & Scale und kriege da eine Sicht drauf, ob mir das geholfen hat. Und jetzt habe ich halt hier, ihr merkt, Sachen haben sich hier unten verändert, das sind ein paar besser geworden und dann überlege ich mir jetzt halt wieder, wie könnte ich jetzt das wieder hier oben in Anfix abbilden und so kann ich so ein Ping-Pong spielen hin und her. Beim einen, wie gesagt, habe ich eine Möglichkeit der Bewertung, beim anderen Szenario Planung und so kann ich sukzessive gemeinsam die Organisation diskutieren und weiterentwickeln. Ich habe das noch nie ausprobiert, wie gesagt, das ist relativ nur auf der Wand. Das habe ich schon ausprobiert hier unten, das ist relativ klar, aber ich glaube und das ist das Feedback, was ich bekomme, auch in den Workshops, die ich mache mit Anfix, dass es plötzlich Sachen viel einfacher besprechbarer sind, dass man plötzlich viel einfacher auf Ideen kommt und vor allem auf gemeinsam Ideen, die jeder mittragen kann, weil man es diskutiert hat. Ich weiß nicht, wie in den letzten Jahrhunderten Organisationen so irgendwie im Geiste vor sich hin entwickelt wurden, wahrscheinlich, weil irgendein treuer Berater gesagt hat, mach doch das, aber gemeinsam meistens eher nicht. Und so kann man das quasi sukzessive weitermachen, vielleicht auch mit anderen Sachen ergänzen. Natürlich, hier unten habe ich immer die Möglichkeit und die Idee, das ist so Scrum & Skill ja auch entsprechend aufgebaut, hol dir doch irgendwo Ideen, um zu überlegen, welche Komponente kannst du wie verbessern, ob du die aus Safeholds, aus Nexus oder wo auch immer von anderen Organisationen ist, es wurscht, Hauptsache du kriegst es irgendwie insgesamt verbessert. Und das ist so die Idee, die ich anbiete, da mal drüber nachzudenken, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren in nächster Zeit. Ich glaube, das ist hilfreich, weil wir endlich in Organisationen mehr in Diskussion müssen. Also wir müssen mehr miteinander reden, damit wir gemeinsam was machen. Ansonsten wird es weiter ein bisschen schwierig werden mit der Einführung, auch wenn Scrum noch so einfach geworden ist, wie auch immer. Ihr bekommt die PDF-Werchner gleich mal hochladen, sobald ich die Folien hier richtig entsprechend ergänzt habe. Und hier nochmal die Idee, also die entsprechende kontinuierliche Organisationsentwicklung, ich weiß nicht, ob das an dem Beamer liegt oder an meinem Rechner, dass es so holprig ist. Dann nochmal die systemische Schleife für euch zur Erinnerung. Einfach drauf zu gucken, ich glaube, man kann bei beiden Sachen ja Information und Einsichten gewinnen, beide Modelle entsprechend verwenden. Manche sind woanders entsprechend einfacher. Ich kann hier entsprechende Inventionen planen. Experimente erproben bewerten, das ist wahrscheinlich die Stärke hier eher von Scrum & Scale und diese Strukturen und Prozesse etablieren, das ist wahrscheinlich eher die Sache von Unfix. Genau. So. Und das hatten wir schon besprochen. Bin ich am Ende. Fragen dazu von eurer Seite noch. Super, vielen Dank. Viel gelernt. Wie sieht es aus? Gibt es Fragen hier direkt aus der Runde? Oh, direkt. Ja, also es gibt auch einige Fragen von Remote, aber vielleicht fangen wir heute mal hier vor Ort an. Jonas oder? Roman. Erstmal vielen Dank für die Impulse, auch das Verbinden dieser beiden Modelle. Ich hänge noch so ein bisschen an dieser Wechselwirkung zwischen Scrum & Scale und Unfix. Für mich ist Unfix eine Pattern Library mit dem Fokus auf der Aufbauorganisation. Scrum & Scale hat für mich sehr viele Ablaufelemente. und jetzt zu schauen, wenn ich mit meiner Aufbauorganisation ein Stück weitergekommen bin, dann zu gucken, woran hakt es noch im Ablauf, ist für mich schlüssig, weil das ist genau das, was ich an der Erfahrung mit Unfix gemacht habe. Aber der Rückschluss zu sagen, naja, was kann ich denn eigentlich an der Aufbauorganisation ändern, der trägt für mich nicht immer. Also ich glaube, dass ich mit derselben Aufbauorganisation einfach durch Veränderungen der Prozesse ganz viel erreichen kann. Also das kann ein Rückschluss sein, kann aber auch sein, dass ich mich eigentlich erstmal eine Zeit lang auf den Prozessen austoben kann und gucken, was kann ich denn dann noch verbessern, bevor ich dann wieder anfange, meine Aufbauorganisation zu verändern, weil das in der Regel ja auch den größeren Widerstand im Unternehmen erzeugt. Ja, also das soll nicht, vielleicht muss ich das hier noch klarer machen, das soll nicht bedeuten, dass nur diese beiden Modelle mir reichen. Also Scrum & Scale, wie gesagt, sagt, guck dir, was dir irgendwie hilft und wenn das hilft, wenn das hilft und das ist, mach das. Und das können formelle Vereinbarung sein und so weiter und so fort. Also irgendwelche neuen Meetings, die ich einführe, ohne dass ich Organisationsstruktur verändere. Und bei Unfix sind ja auch weiche und härtere Organisationsstrukturen unterlegt. Mal ein Forum zu machen und mal eine Community of Practice kann ich ja entsprechend auch ausprobieren. Ich habe jetzt einfach nur in der Idee, in der Zusammenarbeit mit diesen beiden Modellen halt das Gefühl gehabt, die können sich ineinander ergänzen und entsprechend helfen. Und vor allem das Thema Szenarioplanung, also was könnte man denn verändern in der Organisation? Ich glaube, das ist eine unheimliche Energie, wenn Menschen da sitzen am Tisch und schieben da Sachen rum und diskutieren drüber. Du kriegst dann das erste Mal ein Verständnis dafür, wie könnte so was aussehen? Und das ist halt, glaube ich, die Stärke hier von Unfix, wo du sehr spielerisch damit rumarbeiten kannst. Und auch wenn es ein Miro-Modell gibt, ich habe die Erfahrung jetzt im Training gemacht, wenn die Leute dort sitzen und schieben da richtig hin und her, das ist nochmal eine ganz andere Energie. Auf jeden Fall, aber du hast es in dem Regelkreis so schön gezeigt, du hast da solche Plateaus eingezogen und auf diesem Plateau kann eine Organisation auch erstmal einen Moment lang verharren, um zu gucken, ob das, was da neu entwickelt wurde, wirklich trägt. Bevor ich dann wieder gleich anfange und das ist halt der Impuls, den ich in Organisationen wahrnehme, ach, lass uns doch gleich noch was anderes probieren. Nee, lass uns doch erstmal gucken, ob das, was wir jetzt neu geschaffen haben, überhaupt funktioniert. Ja, danke. Aber das sind wir uns offensichtlich einig, das ist schön. Kurze Frage aus, also die remote gestellt worden ist, ich mache ziemlich viel mit safe, da ist das Value Stream Konzept sehr wichtig, Wertstrom Konzept, wie sieht denn das eigentlich in Scrum at Scale aus und in Unfix, also ich hatte das jetzt bei dem Unfix Vortrag vom Jürgen beispielsweise vermisst, ja, und eigentlich die meisten Safe Implementierung scheitern, weil man sich komplett falsch aufstellt, also nicht den Wertstrom erkennt und sich um den Wertstrom herum organisiert. Also der Wertstrom jetzt in Scrum at Scale, ich habe jetzt nicht lange drüber nachgedacht oder gibt es keine Definition aus meiner Sicht offiziell, aber der Wertstrom eigentlich ist in dem Product Owner Cycle, das ist der Wertstrom, wo du von der strategischen Vision im Endeffekt dann zum Release des Produktes kommst. Das ist für mich die Seite. In Unfix, Value Stream Team, Cruise gibt es ja entsprechend, in dem Training ansonsten geht man aber noch auf Jobs to be Done ein, auf die Art und Weise darüber zu sprechen, dass am Ende eine Experience rauskommen muss und er versucht da auch die Wertstromdefinition entsprechend zu verändern Richtung Experience und Richtung Job to be Done, weil das ja häufig auch ein Problem ist, dass man zu sehr auf Produkte schaut und zu wenig auf Kundenerfahrung. Also das ist vielleicht zu ergänzend. Ein paar Minuten hatten wir noch, genau, hier war noch eine zweite Frage schon mal. Dankeschön. Meine Frage ist in dem Assessment, was ich jetzt da gesehen habe, das ist sehr menschengetrieben, sage ich jetzt mal, inwieweit versuchst du oder versucht ihr oder versucht man auch datengeschützte Aussagen zu erheben, weil ja kognitive Verzerrungen gerade in diesem Assessment-Prozess eventuell eine große Rolle spielen könnten. Also, ich habe es bisher immer nur in der Form durchgeführt und ich glaube, diese Unschärfe muss man lassen. Klar, diese kognitive Verzerrungen tauchen überall auf und häufig, also meine Erfahrung, Hypothese, wenn du eine Idee hast, super, würde ich gerne mit diskutieren. Ansonsten habe ich ja eher die Erfahrung, dass wir versuchen, mit Daten und Tools das zu beweisen, was wir irgendwie im Kopf schon mit kognitiven Verzerrungen vorgeprägt haben. Das ist manchmal auch so das Problem. Also gerne kann man darüber schauen. Ich habe so die Erfahrung auch gemacht, dass es so nur fünf Faktoren sind, dass sie so grob sind, ist egal. Es geht um die Diskussionen, dass Menschen miteinander reden, gegenseitige, sich gegenseitig erklären, austauschen. Das ist das Kräftige an dem Thema und ob das jetzt eine 4 oder eine 5 oder eine 4,3 oder sonst was ist, ist dann eigentlich wurscht. Hauptsache, man einigt sich gemeinsam daraus, ja, wir wollen jetzt Energie in diese Komponente bringen und wir machen jetzt Ideen oder wir haben schon Hypothesen, wie wir das verbessern können und jetzt machen wir das Experiment. Organisationsexperimente, das ist das Wichtige, was man hier machen muss und nicht Reorganisation, das ist immer dieses starre Wahnsinn, deswegen haben Angst. Mr. Fowler, der, was glaube ich, der gesagt hat, wenn irgendwas schmerzt, dann tue es halt öfter. Und das trifft nicht nur, was Releasen betrifft, das trifft auch das Thema Organisationsentwicklung. Mach es halt öfter, in kleineren Schritten und dann tut sich mir weh, da haben die Leute auch keine Angst mehr davor. Wir haben noch eine weitere Frage aus dem Online-Katalog. Wie gehst du mit den unterschiedlichen mentalen Modellen um? Also gehst du ja in die Workshops rein, ich glaube, im Workshop gleichen sich ja die mentalen Modelle der Teilnehmer an. Jetzt haben wir eine große Organisation. Wie tragen wir dieses neue Verständnis oder wie trägst du dieses neue Verständnis in die Organisation rein, sodass alle ähnliche oder gleiche mentale Modelle haben? Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, dass alle ähnliche oder gleiche Modelle haben. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich. Den Anspruch kann ich auch gar nicht haben. Ich glaube, ich muss in der Organisation und deswegen ist es für mich wichtig, also ich versuche systemisch, systemtheoretisch auch unterlegt mit Organisation, mit Organisationskultur umzugehen. Und dann weißt du, dass jeder in einem Kontext entsprechend unterschiedlich unterwegs ist, dass der Rahmen, das System, die Kultur, das Verhalten der Menschen entsprechend prägt. Von daher geht es mir vor allem darum, wie kann ich Kulturmuster schaffen, wo Menschen sich entsprechend aufgehoben fühlen, wo sie eine Orientierung haben. Und da bin ich sehr stark beim Thema Führung und Management, die eine Geschichte erzählen müssen, also die in der Lage sind, eine Geschichte der Agilität beispielsweise zu erzählen. Warum brauchen wir das? Warum ist es notwendig? Warum brauchen wir es hier und hier brauchen wir es gar nicht? Warum ist es, also diese Ambiguität, diese Dissonanz klar zu machen, zu erzählen, auch ins Risiko zu sehen und zu sagen, ich weiß aber nicht, wie wird es damit umgehen? Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben bestimmt ein paar Experten bei uns, die das mit mir oder mit uns gemeinsam ausdiskutieren. Wir müssen jetzt Experimente machen, um hinzukommen. Warum sollen wir es anders machen? Also warum sollen wir gerade für das Komplexeste, was wir haben, nämlich unsere Organisation, ja, irgendwie wasserfallmäßig vorgehen oder sonst was? Gerade da, und das wäre mein Vortrag für heute Nachmittag, ich kann einen kleinen Spinnhof machen, gerade da muss ich eigentlich mit der Organisation, ja, muss ich eigentlich so umgehen, als wäre es mein komplexestes Produkt. Und Experimente machen und Sprints machen und so weiter und so fort. Und das, da hilft dann Scrum & Scale auch ganz gut dazu und anfängst es auch. Okay, wir haben noch eine Minute. Du hattest auch noch eine Frage? Nee, okay, dann haben wir noch eine Frage aus dem, also ich weiß, wir haben noch einige Fragen. Wir haben noch eine Frage. Würde der PO nicht zum Value Stream gehören? Du sagst gerade Facilitation Crew. Also das ist nochmal ein bisschen zu sortieren. Ja, da habe ich mit Jürgen ja auch viel drüber diskutiert. auch die Frage, ist jetzt ein Product Owner Value Stream oder sonst was? Von dem Verständnis her, von Anfix kann ich das verstehen und akzeptieren, weil der sagt ganz klar, Product Owner, die Product Owner Crew gibt dem Team den Service Orientierung. Wir priorisieren für euch. Ihr kümmert euch um eure Arbeit. Scrum Master, die Agile Coaches als Facilitation Crew geben denen die Dienstleistung. Wir helfen euch, euer System zu verbessern, Agilität besser zu verstehen und sonst was. Wir sind deswegen die Facilitation Crew und keine Plattform Crew, weil sie halt direkt mit den Teams kontinuierlich immer arbeiten. Also die sind immer mit dabei. Eine Plattform bietet halt Services an alle, ob die es jetzt brauchen oder nicht. Das ist der Unterschied hier. Also deswegen sind die nicht im, also die arbeiten natürlich kontinuierlich mit dem Mail Stream zusammen, sind aber nicht in der Crew entsprechend drin dabei. Das ist der Unterschied. Okay, super. Vielen Dank. Damit sind wir mit der Zeit durch. Du bist heute noch einen Moment hier. Also wer Fragen hat dich? Ich bin auch hier, gerne. Ich habe nachmittag gesagt, um drei glaube ich noch einen anderen Vortrag in der ähnlichen Richtung. Für Fragen, die von Remote noch kommen, über das Tool kann man auch eben direkt Nachrichten schicken und ansonsten sind hier auch deine Kontaktdaten. Richtig, genau. Vielen lieben Dank. Gut, herzlichen Dank. Applaus Applaus Ich bin auch. Ich bin auch hier, ich bin auch hier, die von Bombe aus dem Grund, dann geht es um einen Aufmerksam Vielen Dank.